Konstantin Fehrenbach, 26. März 1926 in Freiburg im Breisgau, war ein deutscher Politiker und vom 25. Juni 1920 bis zum 4. Mai 1921. Reichskanzler der Weimarer Republik, Leben. Konstantin Fehrenbachs Vater, Johann Georg Fehrenbach, war Dorfschullehrer. Konstantin Fehrenbachs Mutter hieß Rosina geborene Grusik. Entsprechend der katholischen Weltanschauung seiner Eltern sollte er Priester werden. Seit 1865 besuchte er das Freiburger Knabenkonvikt, wo er 1871 dk Sekunden Abitur machte. Anschließend nahm er das Studium der katholischen Theologie an der Universität Freiburg auf. Dort erlangte er bald die Einsicht, dass der Zölibat nicht die geeignete Lebensform für ihn war. Daher brach er ein 1874 dk Sekunden Theologiestudium ab und wechselte zur Juristischen Fakultät. Während seiner Studienzeit tat er der KDSTV Herzynia Freiburg im CV bei. Fehrenbach war auch Mitglied der KAV Soevia Berlin im CV. 1879 bestand er das Referendarexamen, im selben Jahr heiratete er Marie Hosner, Tochter eines Rechtsanwaltes. Aus der Ehe ging eine Tochter hervor. Nach Referendariat und Assessorexamen ließ er sich 1882 als Rechtsanwalt in Freiburg nieder, wobei er überwiegend als Strafverteidiger tätig war. Bald war er gesellschaftlich im städtischen Bildungsbürgertum etabliert und betätigte sich politisch auf Lokalebene. 1884 zog Fehrenbach für das Zentrum in die Stadtverordnetenversammlung Freiburgs ein. Als Vorsitzender des Münsterbauvereins und erste Präsident des Freiburger Männergesangvereins war er in seiner Heimatfest verankert. Von 1885 bis 1887 war er Abgeordneter in der Zweiten Kammer der Ständeversammlung des Großherzogtums Baden. Er schied jedoch wegen Differenzen in kirchenpolitischen Angelegenheiten mit seiner Partei aus dem Parlament wieder aus. Im zweiten Anlauf kehrte er 1901 auf die Bühne der badischen Landespolitik zurück, wo er bis 1913 die Interessen seiner Wähler vertrat. Seine Fähigkeit, zwischen den Parteien ausgleichend zu wirken, bewährte sich diesmal an der Frage des politischen Katholizismus. 1907 wurde er mit großer Mehrheit des Zentrums, der Konservativen und der Liberalen zum Präsidenten der Zweiten Kammer in Baden gewählt und blieb in dieser Funktion bis 1908. Lediglich die SPD-Fraktion stimmte gegen ihn, die in ihm nur einen weiteren Vertreter des monarchischen Staates sah, Reichstagsabgeordneter. Seit der Reichstagswahl 1903 gehörte Fährenbach zudem für den Wahlkreis Ettenheim-Lahe dem Reichstag als Zentrumsabgeordneter an. 1909 war er ausgesprochener Befürworter des neuen Reichskanzlers, Theobald von Bettmann-Hollweg. Am 3. Dezember 1913 wurde Fährenbach durch nur eine Rede in ganz Deutschland berühmt. Im Zuge der Zabern-Affäre, die durch Übergriffe in der elsässischen Stadt Zabern ausgelöst worden war, wandte er sich gegen den Generalstab und erhielt ein vielbeachtetes, eindrückliches Plädoyer für einen Verfassungsstaat und gegen das Militär als Staat im Staate. In seiner Überzeugung erhielt Fährenbach breite Zustimmung von Zentrum, SPD und fortschrittlicher Volkspartei. Richtete sich in dieser Frage seine Kritik auch gegen den Kanzler Bettmann-Hollweg. So stand Fährenbach in der Außen- und Reformpolitik voll hinter diesem. Während des Weltkrieges war als Vorsitzender des Zentralen Hauptausschusses des Reichstages eine wichtige Stütze der Bettmannschen. Burgfriedenspolitik Im Juni 1918 wurde Fährenbach zum Reichstagspräsident gewählt. In den Reformen zur Parlamentarisierung sah er den Umbau des Reiches zur parlamentarisch-demokratischen Monarchie vollendet. So erschütterte der Sturz der Monarchie im November 1918 den überzeugten Unterstützer eines fortschrittlichen parlamentarischen Kaisertums zutiefst. Sein Versuch, den alten Reichstag einzuberufen, um die Monarchie zu erhalten, scheiterte am Widerspruch des Rates der Volksbeauftragten. Dennoch erkannte die Weimarer Nationalversammlung Fährenbach als ihren Präsidenten an, da sich dieser, abseits von Fragen der Staatsform, für einen demokratischen Rechtsstaat ausgesprochen hatte. Eigentlich war für dieses Amt Eduard David bereits gewählt worden, doch trat dieser nach Protest der Zentrumsfraktion, die die drei wichtigsten Ämter nicht allesamt der SPD überlassen wollte, zurück Kanzlerschaft. Die Reichstagswahl 1920 sorgte für den Zusammenbruch der Weimarer Koalition, da die SPD erhebliche Stimmenanteile an ihre linke Konkurrenzpartei USPD verlor. So kam ein bürgerliches Minderheitskabinett aus Zentrum, DDP und DVP zustande, das in jeder zentralen Frage auf die Unterstützung der SPD angewiesen war. Für diese Koalition wurde ein Mann des Ausgleichs gesucht, den man im 68 Jahre alten Parlamentspräsidenten Konstantin Fährenbach fand. Dieser nahm nach langem Zögern an. Die wichtigste Aufgabe seiner Kanzlerschaft war die Erfüllung des Versailler Vertrages. Dieser erlegte allerdings nur die Rahmenbedingungen für zahlreiche Konferenzen, die sich mit der Frage der Reparationen beschäftigten. Auf der Konferenz von Spa vom 5. bis 16. Juli 1920 an der erstmals Vertreter Deutschlands teilnehmen durften, leitete Reichskanzler Fährenbach die deutsche Delegation. In seiner Ansprache an die Vertreter der Attate forderte er, dem Deutschen Reich statt der im Versailler Vertrag vorgesehenen Verringerung der Heeresstärke auf 100.000 Mann wenigstens das Doppelte. Zu zugestehen, die zeitgleich erfolgenden Volksabstimmungen über den Verbleib der ost- und westpreußischen Abstimmungsgebiete Allensteins und Marienwerders bei Deutschland und diejenige in Oberschlesien zur gleichen Frage ergaben eine große Mehrheit für die Erhaltung der Gebietssituation. Auf den Konferenzen in Paris und London wurden Anfang 1921 die Gesamthöhe und Modalitäten der Reparationszahlungen diskutiert. Fährenbach protestierte mit seinem Außenminister Walter Simons gegen die Politik der Siegermächte, worauf diese mit der Besetzung von rechtsrheinischen Brückenköpfen reagierten. Dennoch erreichte Fährenbach mit der deutschen Delegation, dass die Summe der Reparationszahlungen im Vergleich zu der im Versailler Vertrag vorgesehenen gesenkt wurde. Die Attate stellte, um Deutschland zur Annahme der Reparationszahlungen zu zwingen, das sogenannte Londoner Ultimatum. An der Frage der Annahme des Ultimatums zeigten sich die Gegensätze innerhalb der Koalition der politischen Mitte erstmals in aller Deutlichkeit. Fährenbach gelang es nicht, diese zu überbrücken und trat daher am 4. Mai 1921 nach einem Jahr Kanzlerschaft mit seinem Kabinett zurück. Nach dem Ende seiner Kanzlerschaft blieb Konstantin Fährenbach politisch aktiv. Durch den Mord an Außenminister Walter Rathenau schockiert, übernahm er 1923 den stellvertretenden Vorsitz des Vereins zur Abwehr des Antisemitismus. Als Reaktion auf die Fähmemorde in der Weimarer Republik unterstützte der überzeugte Demokrat die Gründung des Reichsbahners Schwarz-Rot-Gold 1924. Bis zu seinem Tode behielt Fährenbach den Vorsitz der Zentrumsfraktion im Reichstag. Am 26. März 1926 starb Konstantin Fährenbach in Freiburg im Alter von 74 Jahren. Als Ehrenbürger der Stadt Freiburg im Breisgau wurde Fährenbach in einem Ehrengrab auf dem Freiburger Hauptfriedhof beigesetzt. Dass eine Porträtbüste von Emil Stadelhofer ziert, sein Nachlass befindet sich im Generallandesarchiv Karlsruhe. Fährenbachs Tochter heiratete Wilhelm Rosset und schenkte ihm den Sohn Clemens Rosset, den späteren Namensgeber der Freiburger Kanzlei Rosset, Merz und Emptpartner. Die Kanzlei befindet sich in Fährenbachs denkmalgeschütztem, ehemaligem Freiburger Wohnhaus Schwarzwaldstraße 1, wo bereits der Vater von Wilhelm Rosset als Anwalt tätig gewesen war und Fährenbach seine Rechtsanwaltspraxis hatte. An diesem Haus wurde 2013 eine Gedenktafel angebracht. Eine weitere Gedenktafel findet sich in seinem Geburtsort Wellening, der heute zu Bonndorf im Schwarzwald gehört. Auf dieser Tafel wird sein Vorname ebenso wie auf dem Schild zur dort nach ihm benannte Straße, fälschlicherweise Mittker geschrieben.